Hallo und herzlich willkommen zu Abonnenten-Base-Review Nummer 12. Wie ihr sehr mittlerweile von mir auch schon gewohnt seid, dass ich euch das Ganze ankündige oder sage, es gab wieder zahlreiche Bewerbungen überall, Facebook, auf meinem Instagram-Account sogar. Was ich ehrlich sagen muss, das bitte nicht machen, beziehungsweise das berücksichtige ich nicht, weil ja, ihr könnt mir natürlich da gar nicht schreiben, dass ihr meine Videos cool findet und dergleichen, aber um es sich für Let's Base zu bewerben, das beschränke ich wirklich auf Facebook und auf YouTube oder auch gar nicht natürlich per E-Mail. Los geht's mit dem ersten Clan, der nennt sich The Dark Riders. Schon mal ein sehr cooler Name, wie ich finde, Dark Riders. The Dark Riders, ich würde sagen, wir spekulieren einfach mal auf den zweiten. Er nennt sich Staff465Y. Mal schauen, ob wir den hier direkt finden. Da haben wir ihn. Level 53. 1359 Pokale. Rathaus Level 7, wenn mich nicht alles täuschen sollte. Genau. Haben wir Rathaus Level 7. Aktuell auch nicht am Farmen. Das Rathaus schön mittig platziert. Wenn man aus dem Blick schaut meiner Meinung nach recht gut aus. Wir haben das Rathaus in der Mitte, haben hier zwei Luftabwehr außenrum und zwei Minenwerfer, die mit Level 5 schon richtig schön stark sind. Hier hat er seine Clanburg auch schon auf Level 3. Ansonsten die Aufteilung ganz nett gemacht. Hier tippe ich in den zwei leeren Feldern, dass sich momentan Teslas verbergen. Hat dann hier oben seine Goldminen verteilt und allgemein einfach die, sage ich mal, restlichen Gebäude. Hier unten die Mauer ist, denke ich, gar nicht auch ganz so ungeschickt. Der Minenwerfer hier ist recht gut noch geschützt. Man kann natürlich mit den Truppen vorbeilaufen, aber solange man jetzt keine Bogen oder Magier nimmt, zum Beispiel Barbaren, die dann erstmal an die Mauer ranlaufen, wird das ein bisschen dauern. Was ich recht stark finde, ist hier schon mal die Mauer Level 7, die du in der Mitte anfängst. Das würde ich also auf alle Fälle fortsetzen. Ihr wisst, ich bin Fan von ausgemaxten Goldminen und Elixiersammlern, aber das Ganze dauert natürlich. Das ist bei dir jetzt noch recht überschaubar mit Level 5 und Level 4. Schauen wir mal, was die Truppen aktuell so sagen. Auch schon schön weit hochgelevelt. Level 4, Level 2 Heiler, Drache noch Level 1. Verteidigungseinheiten generell, Magierturm auf 4, Bogenturm schon auf Level 8. Ich glaube sogar alle. Hier unten dann doch schon eine Mine auf 10, hier die Kanonen auf 8. Also sieht meiner Meinung nach richtig gut aus. Ich würde jetzt noch, bevor ich dann auf Rathaus Level 8 gehe, wirklich die Mauer noch weiter ausmaxen. Vielleicht auch wirklich ein bisschen an Golden-Elexierminen arbeiten. Klar, wenn man sagt, man hat die Zeit häufig anzugreifen, dann sind die nicht ganz so wichtig, weil man dann einfach seine Truppen häufig am Tag bildet und oft angreifen kann. Wenn es wie bei Leuten wie mir beispielsweise nicht der Fall ist, macht es meiner Meinung nach schon Sinn, seine Truppen bzw. seine Förderminen und Pumpen auf möglichst hoher Stufe zu haben, da dann auch eben gute Ressourcen schon gesammelt werden können. Wenn man einfach aktuell nicht selber spielt, dann gehe ich einfach am Tag einmal rein, kann das Ganze absammeln und schaut es gut aus. Vom Base-Design bin ich eigentlich recht überzeugt. Also wenn du da einigermaßen erfolgreich sein solltest, sehe ich da eigentlich keinen großen Grund, da viel zu ändern. Rathaus schon in der Mitte platziert, mehrere kleine unterteilte Kacheln, was es den Gegnern wieder deutlich schwerer macht und auch schon recht starke Mauern. Also eine grundsolide Base, würde ich jetzt mal sagen. So, als nächstes kommen wir zu einem Clan mit ebenfalls einem coolen Namen, die Knaller-COC. Mal schauen, ob die Base auch ein Knaller wird. Die Knaller-COC. Die Knaller. Da haben wir erstmal nichts gefunden. Verschrieben habe ich mich auch nicht. Ah, die Knaller werden zusammengeschrieben. Mein Fehler. Die Knaller. Und da machen wir es gleich ganz richtig. C-O-C. Aber da haben wir sie ganz oben. Fünf Mitglieder, wenn das der Clan sein sollte. Und er nennt sich Raya. Das ist in jedem Fall der Clanführer. Level 52 heißt, tippe ich auch mal auf Rathaus Level 7. Die Knaller-COC. Also, ganz lustiger Name, muss ich wirklich sagen. Schauen wir uns mal deine Base an. 1.190 Pokale. Und du hast schon Rathaus Level 8. Ist eigentlich ganz interessant. Wir haben jetzt einen direkten Vergleich zu der Base vorher. Ungefähr gleicher Level. Ungefähr ähnliche Pokalregion. Und wenn wir uns erstmal so umschauen. Auf den ersten Blick. Deutlich schwächere Mauern. Das kann ich also direkt schon mal angreifen. Dass die, dass zum einen das Rathaus Update viel zu früh kam. Und dass die Mauern zu schwach sind. Du hast jetzt hier in der Mitte nur ein paar Level 6. Außen nur 5. Und ganz außen sogar Level 4. Deine Verteidigungseinheiten sind auch ziemlich niedlich. Mit Bogen Level 5. Hier Bogen Level 5. Ein kleines Kanönchen Level 5. Minionwerfer auf 3. Bogen auf Level 1. Ja, was soll ich da groß sagen. Also, die Base an und für sich ist vielleicht gar nicht schlecht. So als Farm-Base-Aufteilung. Aber was man ganz da sagen muss. Das Update kam viel zu früh. Und deine ganzen Verteidigungseinheiten hinken wirklich richtig, richtig hinterher. Ich hoffe, dass es einigermaßen mit dir momentan noch klappt. Und dass du nicht jedes Mal gleich komplett platt gemacht wirst. Und so weder zum Ressourcen-Sammeln kommst. Noch zum Pokale. Weil das ist dann immer so eine Situation, wenn man sein Rathaus geupgradet hat, dann farmen will. Aber dann eine recht schwache Base hat. Dass es da wirklich teilweise wie so ein Teufelskreis ist, wo man da eigentlich kaum mehr rauskommt. Oder wirklich eben nur, indem man ganz viel Zeit und ganz viel Arbeit investiert. Aber bei der Base, das Layout muss ich sagen, finde ich gar nicht schlecht. Es sind auch hier viele kleine Unterteilte hier in diesen Lücken. Zum Beispiel, denke ich, verbergen sich jeweils Teslas hier und hier. Ebenso hier oben und auch hier. Ist alles recht symmetrisch aufgebaut. Auch die Minienwerfer eher mittig, die ja doch recht stark sind. Hier wird immerhin einer schon auf Level 5 geupgradet. Aber alles in allem muss man wirklich einfach ganz ehrlich sagen, dass du da überall hinterher hinkst. Auch die Truppen Level 3 noch teilweise, teilweise Level 4. Ja, also da wird einfach, denke ich, jetzt die nächste Zeit viel Arbeit und Mühe investiert werden müssen, um dann nochmal die Kurve zu kriegen. Aber da muss man wirklich ganz klar sagen, dass das Rathaus-Update einfach viel, viel zu früh kam. Weil, ich sag mal, Mauern Level 4, ohne dich jetzt beleidigen zu wollen, ist wirklich ein Witz. Also, die sind dermaßen schwach, da brauche ich nicht mal Mauerbrecher, um da mit meinen Barbaren kurz durchzulaufen. Das würde ich sagen, ist nur okay, wenn man vielleicht Rathaus-Level 5 hat. Aber selbst bei Rathaus-Level 6 sind meiner Meinung nach solche Mauern deutlich zu schwach. Schau da einfach, dass du das Beste drauf machst, dass du das, so gut es geht, eben noch weiter upgradest. Aber es wirklich mal das Rathaus wirklich ganz, ganz, ganz nach hinten anstellen. Und deutlich jetzt hier weitermachen beim Ausmaxen deiner Base, was sicher noch einige Monate dauern wird. Dann kommen wir heute zum dritten Punkt, der Clan heißt Ring of Friends. Suchen wir direkt auch nochmal über die Suchen-Funktion. Ring of Friends, was der so zu bieten hat. Der Clan Ring of Friends und er heißt Flavor. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal den Clan an, ob er hier drin ist. Ring of Friends, der Flavor, wo er sich dann versteckt. So, da haben wir ihn. Clan Ältester. Level 70, 1414 Pokale. Schauen wir uns direkt mal rein. Ich tippe Rathaus Level 8. Höchstwahrscheinlich. So ist es, Rathaus Level 8. Schauen wir mal, schön pralle Elixierlager und Goldlager. Das heißt, das Farmen, auf was er momentan ausgeht, scheint nicht so schlecht zu laufen. Mauern alle auf Level 6. Also da würde ich einfach empfehlen, die fleißig vor dem nächsten Rathaus Upgrade auf Level 7 zu bringen. Alle Elixiersammler auf 11. Alle Goldminen auf 11. Barbarenkönig auf 2. Hier haben wir schon Bohrer auf 3. Minenwerfer sind auf Level 6. Kanonen sind auf Level 9. Luftabwehr haben wir hier auf 4. Hier wird gerade ein Bogenturm von 8 auf 9 geupgradet. Hier oben haben wir schon 9. Also da würde ich ganz klar sagen, bist du auf den richtigen Weg. Mir gefällt die Aufteilung ganz gut. Die Ressourcen sind zwar recht mittig. Das heißt, wenn man da mal durch ist, wird es recht leicht gehen. Aber gerade mit der Clanburg in der Mitte, wenn da starke Einheiten zum Verteidigungen drin sind, geht da einiges. Teslas würde ich tippen. Wir haben einen hier versteckt. Haben wir einen hier versteckt. Und einen hier oben versteckt. Da haben wir noch eine weitere Luftabwehr Level 4. Also ich finde das Base-Layout eigentlich ganz cool. Alles schön unterteilt. Hier die Minenwerfer sind schön im Dreieck weit auseinander. Sodass die da gerade Barbaren und Bogen oder auch Magier richtig schön aufmischen können. Truppen alle auf Level 5. Minions. Du machst also gerade die klassische Bump-Taktik, wie es mir aussieht. Barbarian, Archer und Minions zum Angreifen, was auch sicher sehr gut ist. Die Zauberspruchfabrik wird gerade ein Zauberspruchchen produziert. Hier außen eine Kaserne auf Level 10. Das heißt, wenn das die erste sein sollte, gibt es dann bald Pegas. Und ja, ich finde das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ich würde die Magier-Türme noch weiter upgraden. Die sind wirklich dann gerade später, auch wenn man dann mit großen Mengen Bogen oder dergleichen angegriffen wird, machen die einen richtig schönen Schaden und helfen beim Verteidigen. Hier oben haben wir eine Kaserne schon auf Level 4. Finde ich also alles im All, muss ich sagen, eine solide Base. Also ich würde schon noch warten mit Rathaus Level 8 und davor noch fleißig ein bisschen weiter upgraden. Hier machst du gerade deine Zerborgen-Türme noch auf 9 und dergleichen. Ebenso macht es natürlich auch Sinn, generell den Rest noch weiter abzugraden, die Luftabwehr und Magier-Türme. Aber ich finde schon, es schaut ganz gut aus und es scheint ja, wenn man sich so diese prallen Babys anschaut, auch ressourcentechnisch ganz gut zu laufen. Also einfach so weitermachen, solide weiter nach und nach upgraden. Dann denke ich, sollte es wirklich in Clash of Clans erfolgreich weitergehen bei dir. Hier im Labor läuft gerade auch ein Upgrade, da kann ich leider nicht einsehen, was gerade geupgradet wurde. Das fände ich auch ganz cool, wenn man das sehen könnte, aber da denke ich mal in Supercell vielleicht auch, dass man einfach nicht zu viel, sage ich mal, reinschauen kann. Das waren die heutigen drei Basis aus der heutigen Review. Meiner Meinung nach alles dabei, von zu früh geupgradet bis solide bis gut. Wenn ihr im nächsten Video dabei sein wollt, einfach wie immer fleißig unter dem Video, per privater Nachricht auf Facebook, auf meiner Facebook-Wall, aber nicht auf Instagram bewerben. Dann schaue ich wieder nach interessanten Basis für das nächste Video. Ist wirklich, sage ich mal, so vielfältig. Clash of Clans bietet so viele Möglichkeiten an Basis, dass das meiner Meinung nach auch nie langweilig wird. Und dass ich es immer auch wirklich sehr, sehr interessant finde, mal neue Basis abchecken zu können. So wie es also zu dieser Basis-Review. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.